und wir haben einen Schwerghaus ansatz und sechs ich gehe dritten Eingang rein und bitte vom Land mit hinten rein 9 Werner ohne Fahrzeug und Fahrzeug zu verstehen Wie ist denn das? Die zwei sind auf dem Dach. Ausstellen. Aber jetzt bist du weit zu laufen, oder nicht? Jetzt bist du ein bisschen näher in den Store. Aber mit den Händen. Das sollen sie ruhig hören. Ich versuch dann, einen Huckermann zu liegen. Was ist mit dem Sniper bei einem Krankenhaus? Ja, der sieht mich nicht. Das sind zwei. Ja, was ist mit denen? Ja, dann mach halt weg. Irgendeine Mutter hat sich gerade bewegt. Äh, Big Show, und du bist da beim Stry, äh, bei Mifrit, oder? Nein, ich bin ja in der Nähe von dir. Okay, zweiter Eingang ist ein Lagermann-Dick. Äh, da unten hat es gleich Mifrit bei dir. Da drin steht ein Hammer. Oh, scheiße, ich hab geschossen. Manta kommt in deine Richtung, Spray. Müsste eine Kuppel links von dir kommen. Überhaupt nicht. Was machen wir jetzt? Wir stehen bleiben und nichts tun. Ne, spotten. Ich versuch so ein bisschen in die Bank rein zu spotten. Ich seh mich neu in Hammond auf jeden Fall. Bei dem zweiten Eingang wahrscheinlich, oder? Ah, beim dritten. Ich guck auf ihn. Ich guck auf ihn. Krankenhaus schießt auf uns. Ich schieße auf ihn. Ja, der rennt da oben auf der Plattform rum. Auf der Plattform ist er. Jetzt wird er auf uns geschossen. Okay, ich bin bei einem Swider. Mit einem 200 Meter. Lass uns doch hier in den Häusern verschanzen. Oder? Das ist blöd. Nicht gut? Oh, ich seh einen. Wir dürfen uns... Theoretisch, wenn wir uns verstanden sind, das ist ein Fehler. Wieso? Da kommt der fährte Hunter. Ja, aber wenn wir in einem Kreis fahren, ist das auch blöd. Hab Überfall. Da rennt einer. Da rennt einer. Da rennt einer rechts. Oh, ich wüsste auch. Oh, Spray, hey. Oh, scheiße. Ich hab ihn gesehen. Ja, ihr auch. Gedreckt. Gedreckt. Gedreckt, son. Ja. Fuck, ey. So hübsch darf ich. Was ist los? Oh, der loot er mich. Bray ist raus. Nimm mal Waffe auf. Ja, ich weiß. Das ist so wusst. Der Handteil ist hier vorne. Okay. Beim Hüteeingang, wo die zwei... Ach, scheiße. Falsche Nachricht, sollte er dich nicht kommen. Nein. Ein Diefrede und ein... Dürfen die Cops looten, ne? Nein. Na also. Die Waffe auf ihm dürfen sind, weil die nicht direkt als Inventar sondern daneben liegen. Ja, das ist aber trotzdem Kopf looten. Ach, das war schon wieder die falsche Nachricht, ne? Oh, lol. Ray, dein Nagelband hier vorne ist. Schön gedacht, aber gerade scheiße. Ja, tut mir leid. Ne, kein Ding. Ah, was ist denn in der Nähe auch hier da? Du darfst eh eh nicht, wenn du kommst, Ray. Warum stehen wir jetzt hier eigentlich und tun hier gar nichts? Ja, das darf ich nicht kommen. Nur so als... Hier ist neben uns rechts einer hinter der Mauer. Sollten wir vielleicht nicht mal irgendwann mal so... Kette gehen? Also, wo, wo, wo ist jemand? Hier bei uns rechts hinter der Mauer. Ich muss mich so hoch auf das Krattenhaus zu kommen. Oh, da kann man vielleicht vielleicht was machen. Warte, 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 bleib... Hunter, steigt wieder ein! Hunter ist wieder eingestingt! Äh, bleib mal da bitte, Nadi, ich gehe auf ein Haus raus. Aaaaaaaaaaaah! Auffass, könnte MK8 denn der Mauer anzumachen. Who be carried? Waren wir zwar nur mit einem N geschrieben, aber ok. Mir egal. mal da kommt er hat doch egal wenn er ausfällt ist er platt weil da die Nagebänder liegen soll ich mich mal versuchen zu verschenzen und auf ihn zu schießen ein Fahrzeug im Krankenhaus drin wenn du bist was am Krankenhaus dran ist ich habe Apu schießt auf uns gut Apu 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 er geht wieder zurück ich bin war ich verscheidete 3 ich bin Ortschorn was machen wir es ist ausgestiegen ist ausgestiegen Steiger 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 Nadim durchfahren was nur vom Zulettfass wieso muss ich den fahren weil ich ausgestiegen bin und darauf war dass er aussteigt warum soll ich dann weiterfahren wenn ich im Notfall nein wenn ich gleich sterbe dann noch muss ich im Notfall musst du gleich fahren der Vortgeschnitte schreckt mich doch nicht so ich bin es doch nur ich bin da sehe ich nicht viel alles gut ich bin es ich bin es alles ist gut ich nicht fahr bloß nicht los ich bin tot ich habe die Wette noch gewonnen nein du hast doch verloren weil Spray zuerst gestorben ist aber das stimmt ich weiß nicht ob die Wissen noch wieder zu zweit das heißt ich ich bin es ja noch weiter zu dritt gut gemacht alles klar du bist du bist du bist direkt du bist Spray du bist äh Poo Poo und genau ja Poo Köln Poo du machst das ja ich hab grad den Sniper den von Regen doch auf mich schießt und den die zwei Tüten da unten warum holt ihr den nicht erst vom kalten Haus weg weil ich den momentan überhaupt nicht klippe